Wollt ihr miterleben, wie von so einem Stamm eine wunderschöne Altholzlampe entsteht, dann kommt unser Lampenbau-Workshop. Dort zeigen wir euch die einzelnen Teenschritte. Ihr dürft selber Hand anlegen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch unsere Schreiner zur Hilfe ziehen. Und ganz am Schluss dürft ihr die wunderschöne Lampen mitnehmen.